Ich bin der Bauer auf dem Steinerhof. Wir züchten Graufiech und führen einen Reibbetrieb mit Taflinger Pferde. Mittlerweile haben wir uns einen guten Namen mit der Ausbildung für Reibpferde gemacht. Wir vermieten Urlaub auf dem Bauernhof. Und vor so einem Jahr haben wir uns als Familie einen Traum für einen urigen Hofschank im alten Bauernhaus verwirklicht. Mir ist unser Dorf, Pfelders und die Leitalben schon wichtig gewesen. Deswegen versuche ich seit über 30 Jahren die Interessen für Pfelders in der Politik zu vertreten. Und ich bin ein Ansprechpartner für viele Pfeldere. Ich bin der Alperich und der Steiner Bauer in Pfelders.